Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Overcooked mit Standi. Hallo. Und mir, eurer Len4 und ja, wieder das wundervolle Level vom letzten Mal. Naja. Ja, muss jetzt abgesprochen. Hust, hust. Genau. Ich mach Fleisch, zweimal Fleisch am besten für die Pfannen. Hab's gleich. So, dann könnt ihr schon mal braten. Hey, und du? Tomate und Brötchen? Du könntest Brötchen auf die Teller legen. Ich mag Gemüseschnittmählen. Ich leg die Gemüse ja auch schon hin. So, du kannst das Fleisch da gleich auf die Brötchen knallen. Guck mal, Fleisch ist fertig. Mhm. Oh. Achso, hast genommen, okay. Ah nein, jetzt sind wir beide auf einer Seite. Scheiße. Ich komm nicht runter. Oh, das Fleisch verbrennt da unten. Achso, man kommt ja... Ah, du... Habe ich nicht gesehen. Okay. Stimmt, wir können ja auch das Fleisch hier schon machen. Ich mein, ich hab Fleisch für die Pfanne. Kannst du aufhauen? Sehr gut. Und nochmal Fleisch für die zweite Pfanne. Da, bitteschön. Ich geh hier hin. Mhm, okay. Da versuchen wir ihn jetzt. Doch, das funktioniert. Okay. Dein Fleisch ist fertig. Brauchst du ein Brötchen? Nee, noch nicht, ne? Wir brauchen gleich die Teller. Ah. Du kannst mir Teller rübergeben, theoretisch. Das kann ich machen. Dann geh ich da mal hin oben. Oh, okay, jetzt wieder alles. Brauch mal jetzt als nächstes. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Ähm, Salat und... Ich hab einen Teller für dich. Salat, Tomat. Ich brauch noch Salat, irgendwie. Salat, Salat, Salat. Da unten liegt Salat. Ja, okay. Und Fleisch. Ich schnippe hier auch schon gerade neun. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Brötchen. Auch wenn du das nicht gerne hörst. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Ah, legt das da drauf. Mensch. Na, die Pfanne ist rechts. Guck mal, Pfanne rechts. Ah. Also auch schnell runter. Alles gut. Wir kommen da... Die Teller können schon. Guck mal, mach mal die Teller. Teller. Ich mach hier den Burger. Na komm, Fleisch. Werd fertig. Nein. Okay, ich geh rüber. Alles gut. Okay. Abgegeben. Ja. Mates, Salat, Fleisch. Ich mach Tomate. Ja. Ich brauch ein Brötchen unbedingt. Brötchen und Salat. Salat kommt. Oh, verdammt. Alles gut, alles gut. 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 Oh, jetzt haben wir alles frei. Wunderbar. So, ein Teller. Fleisch. Das ist Fleisch. Nichts auf den Pfannen. Ich mach grad Fleisch. So, erstes Fleischprozess. Ich mach das weiter. Könntest du Gemüse schnippeln dann gleich? Ich mach das da gleich mit dem Fleisch. Alles gut. Ich bin hier auch drüben. Ah, gut. Wir haben es geschafft, auf guten Seiten zu stehen. Ich hab dir einmal Fleisch hier rüber gestellt. In der Pfanne. Fertig. Oh, schon fertig. Okay. Ah, okay. Ach, komm schon. Haben wir? Okay. Oh. Oh, okay. Oh, noch ne Katze. Dunkle Katze. Noch ein Stern. Komm, wir machen jetzt noch ein Lames Level vom Anfang und dann haben wir es. Ein Lames Level. Ja. Ja, ja. Kino oder so. Hier, 1, 3. Was hatten wir? Ja, komm, das schaffen wir locker. Das war nicht so schwer. 200 Punkte. Das kriegen wir ein. Komm, komm. Wir sind jetzt so krass. Auf dem Drogenboot. Gib mir Ressourcen rüber. Schnell, schnell. Zieh. Kannst du liegen lassen? Ich bring die rüber. Kannst du gar nicht mitmachen. Okay, so geht's auch. Auch gut. Oh. Ist fertig. Ich stelle dir hier die Dings... Achso. Jetzt kann ich's machen. Okay. Ah, die Kanonkugel. Hier, ich hab noch eine Tomate für dich. Mh, Champing... Champing-Jungs. Nicht Dings. Okay. Ah, hier. Champinger. Das fertig kann raus. Ja. Ja, hier sind noch zwei Champing-Jungs. Was brauchst du jetzt? Tomaten. Tomaten. Tomate. Tomate. Äh, was? Oh nein, die Suppe. Oh nein, von hier komm ich nicht ran. Ah, gut. Kannst du mir herbringen? Hm, du brauchst Champing-Jungs. Ich trage dir mal die Champing-Jungs hier rüber. Dann kannst du die gleich nehmen. Dann nochmal Champing-Jungs. Deine Tomaten-Suppe ist fertig. Brauch Teller. Oh. Sag mal, mach ich schon selbst. Alles gut. Oh, ich brauch noch einen Teller. Ach, hier müssen wir gar nicht abwaschen, ne? Komm, sauber zurück. Sehr schön. Äh, Champing-Jungs. Ich hab mal ein paar Spüle eingestellt. Jawohl. Champing-Jungs. Champing. Erstmal Champing. Noch eine, Champing? Oh, was machst du? Oh nein. Oh, ey, ich wollte gerade jetzt füllen. Nein. Äh, jetzt musst du machen. Oh, die Suppe vergammelt er gerade. Oh Gott. Ich hab auch schon eine Zwiebel. So rüber? Okay. Sehr schön. Du musst dir aber noch kochen, die Champing-Jungs. Die sind noch nicht fertig. Ja, wolltest du nur noch kurz runternehmen? Ja, alles gut. Ich hab gesehen, dass es gedingst ist. Fertig, die Suppe? Ja, brauch ich nicht mehr Zwiebeln. Ich brauch doch mehr Zwiebeln. Alles gut. Ja, die Champing-Jungs-Suppe haben wir ja hier. Die geb ich jetzt ab. Und dann wieder Zwiebeln. Oh, tausendmal Zwiebeln. Okay. Okay, ich geh auf die Seite hier. Zwiebeln brauch ich noch weitere. Und Teller nebenbei dann mal. So, da bitteschön. Das ist doch Teamwork. Ja. Dann Champing-Jungs. Schaffen wir das noch? Ach, gut, schwieriger. Oh, du musst die Zwiebelsuppe machen. Die ist jetzt bei dir hingerutscht. Hier unten ist noch ein Champi. Ja. Verdammt. Oh, jetzt rannst du hier rum. Okay, dann geh ich wieder da oben hin. Nicht so weite Wege gehen. Ja, das würde jetzt aktuell reichen. Deswegen hab ich hier super weggebracht. Ach so. Oh, jetzt dürfen wir den hier nicht verlieren, ne? Ja. Oh, 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 oh. Aber die Zeit dürfte vorher ablaufen, ne? Ja, die läuft vorher ab. Haben wir. Haben wir. Oh, gut. Gut. Ah, gut mitgedacht. Schön. Dann haben wir jetzt... Oh, bitte, geht doch. 42. Reicht, ne? Oder waren es 43? Ich, ich behalte nicht mehr. Ja, ja, 45. Ne, 43, 42. Ja, wir haben's. Gut. Dann kriegen wir es jetzt auch noch hin. Oh. Äh. Was soll das schon wieder? Förderbänder. Ein Hakenkreuz. Okay, was möchte uns dieses Spiel damit sagen? Jetzt gibt's deutsche Küche. Jetzt geht's immer so mit Sauerkraut. Schön. Oh, nein. Äh. Okay. Oh Gott. Pizza ist das. Okay. Verstehe. Warte mal, ich muss erst mal den Boden hier. Wir brauchen gerade... Hey, was tue ich? Ich weiß nicht. Ja, ich musste erst mal den Pizzaboden... Wir brauchen eine Pizza. Also, wir brauchen jetzt keinen Salat und so. Ich brauche kein Burgerzeug hier. Ja, die Tomate brauche ich. Äh, und dann Wurst. Er ist doof aufgezahlt hier. Ja, ich verste... Nein! Nein, ich kann man die Tomate nicht fragen. Äh, wie geht denn das hier? Ich verstehe nicht. Ich verstehe gar nicht, wie das gehen soll. Man kommt ja an nix. Wo sind die Ofen? Bei dir unten. Okay. Ja, schick rüber, das Zeug. Äh, ist die fertig? Nee, ich brauche noch eine Tomate. Ja, hab ich. Hab ich, hab ich, hab ich. Schick rüber. Ach so. Schick rüber. Oh, Entschuldigung. Ich hab verplant, dass du dir auch auftun kannst. Manchmal ist man auch ein bisschen umschlau. Äh, ich brauche Fleisch und Burger. Äh. Fleisch musst du mir rüberbringen. Fleisch kommt. Komm mal ein Fleischburger. Okay, das müssen wir braten. Komm zur Mate. Das ist für den Dings, ne? Äh, Pizza. Okay. Oh Gott. Pizza mit Tomate. Halt, nicht weggehen, Pfanne. So. Die brauche. Das ist da. Nee, das ist, nee, das ist falsch. Das ist der Burger. Oh Gott, ich komme super durcheinander gerade. Du hast Burgerbrötchen, ne? Warte mal, ich gebe dir mal Fleisch runter für den Burger. Äh, und ich brauche jetzt Käse. Ich brauche schon. Sorry, du hast die Pfanne. Ach so, ist fertig. Ja, ja. Ich habe dir den geschickt. Und jetzt schicke ich dir gleich eine Pizza rüber. Die muss in den Ofen. Oh, ja, gut. Oder auch nicht. Dann schicke ich schon mal weiter. Oh, den brauchen wir jetzt gar nicht. Ich gebe dir mal Fleisch für den Burger. Ah, dankeschön. Oh, jetzt stecke ich. Das ist dann jetzt gleich hier fertig. Ja, du brauchst das Fleisch dann gleich, ne? So, jetzt habe ich einmal hier die Pizza. Die muss in den Ofen. Und Fleisch ist fertig. Mhm. Da. Okay. Ah, ich brauche Tomate gleich. Also muss man gleich... Nein, Fleisch war nicht fertig. Verdammt. Nicht fertig? Der Grund ist früh ausgenommen, glaube ich. Oh. Mist. Äh, ein Schnitzel zu früh. Scheiße. Ich bräuchte dann Tomaten. Einige. Und du kannst mir das Fleisch noch rüberschicken. Das kann ich ja noch machen. Und das andere in der Pfanne, was noch nicht fertig war, meinte ich. Nee, nee. Jetzt geht doch da hin. Ich. Nein. Oh, Mist. Jetzt hat er das Fleisch nicht genommen. Ist weg. Mist. Oh, hier kann man sich so blöd verdrücken. Ich habe eine fertige Pizza für dich. Und jetzt ist auch das Fleisch fertig. Das bringe ich dir jetzt auch nochmal. Also gut, man hat sehr viel Zeit hier für die Lebensmittel, aber... Mensch. Ich brauche dann gleich eine Tomate wieder. Äh, ich brauche... Warte mal. Tomate und... Dings ist das ja. Huch, schon? Ach. Das darf für mich wahr sein. Na gut, aber wir mussten ja erstmal reinkommen. Das kriegen wir noch hin. Oh, gar nicht so schlecht. Nee, war auch gar nicht so schlecht. Stimmt. Noch ein Wettbewerb im Level. Ich meine, früher, später müssen wir grinden. Im späteren Level. Das ist nochmal so. Vielleicht, wenn wir Pech haben. Aber das ist heute jetzt erstmal hier. Oh, guck mal, Zwiebel. Ab zur Zwiebelkammer. Da kann schon viele Häuser überall, die gleich aussehen. Oh. Pingu, der Pinguin. Ich will den mitnehmen. Gib mir den. Ja, warte ich. Schlenk den ab. Okay. Hey, guck mal hier. Hier. Guck mal, was ich machen kann. Ich kann mit dem Eis gehen. Kommt nicht mit. Das ist Viech. Was haben wir denn hier? Den hier. Den. Ihr habt euch vorbildlich geschlagen und das so weit geschafft. Wir schreiben jetzt das Jahr 2008. Die Gerüchte waren wahr. Die Rückkehr der Bestie steht nun fest. Etwas ist jetzt im Gange, das nicht mehr aufgehalten werden kann. Ihr müsst jenseits des Randes unserer Welt reisen. Die Sterne erwarten euch junge Küche. Eure Fähigkeiten werden nun wahrhaft auf die Probe gestellt. Viel Glück, meine Freunde. Ja, könnt ihr auch mal selber was machen. Also ganz ehrlich. Immer diese Könige, die nur die Leute rumschicken. Ja, steht nur in der Gegend rum und macht nichts. Oh oh. Und kuschelt seinen Hund und seinen Eisbären und seinen Pinguin und... Das sieht aber schön aus. Oh, halbzüro. Aber es ist Folgenende. Tja, es tut mir leid. Das ist echt ein scheiß Cliffhanger, ne Leute? Naja. So, also hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.